Ich bin Eddie von PPN und unser neues Projekt aus den USA, ein C36 AMG ist endlich angekommen nach zwei Monaten. 5226 Stück wurden gebaut, wenn ich mich nicht irre. Er hat ein paar Macken, wie ihr sehen könnt hier Haube vom Mittwoch. Haube müssen wir noch lackieren, Stoßstange müssen wir machen. Ein paar kleine Macken hat er. Leider hat er einen Heckschaden, den wir in den nächsten Videos auf jeden Fall geheben werden. Er kriegt eine neue Heckklappe und wir werden das hier wieder rausziehen und dann kommt er wieder mit einer deutschen Zugrassung auf die deutschen Straßen. Von innen sieht er ganz gut aus. 285 PS, 3,6 Liter und seid gespannt auf die nächsten Folgen.